Heute gehe ich in eine rutschige Partie. Da sehe ich einen kleinen Budelhohn. Das ist sicherlich der Michael. Ich kann mir vorstellen, dass dürfte entweder der Emanuel sein, oder der Michael, oder sonst jemand. Nein, es ist der Marco. Der Marco ist hier. Und der liebe Benjamin. Benjamin, der jüngste Sohn aus den Zwölf Stämmen der 144.000 Gesängenden. Servus, Markus. Darf ich das Bild rein? Danke. Hast du irgendwas zu sagen? Freue Botschaft. Auch jeder soll glücklich werden. Aber nicht mit der geschissenen Regierung, die wir haben. Danke.